Bitte Konzentration, denn jetzt folgt das Elfmeterschießen zwischen International Porto Alegre und dem AC Reinhardt. Der erste Schütze für den Nationalrat ist die Nummer 57, Mattia Valotti. Der erste Schütze für den Nationalrat ist die Nummer 57, Mattia Valotti. Der erste Schütze für den Nationalrat ist die Arena. Ein Tor vom International. Jetzt für die Brasilianer. Er hat auch das wichtige Tor geschossen im Spiel. Der erste Schütze für den Nationalrat ist die Nummer 10, Daniel Sandro. Der erste Schütze für den Nationalrat ist die Nummer 57. Die Nationalrat ist die Nummer 15. Die Nationalrat ist die Nummer 59. Der erste Schütze für den Nationalrat ist die Nummer 4. Für Vida, die Nomenungunzig, Antonio Casano. Seconde Mechor Turetina, Dalli Scherzo, mit dem Nomenung 99, Casano. Jetzt für International, die Nummer 4. Nein, hier muss dein, nein. Für Vida mit der Nummer 17, auch ein alter Brigade hier, hat auch heute ein FC Bayern gespielt. Mit der Nummer 17, Massimo Otto. Terzo rigore für Vida, Dalli Scherzo, mit dem Nomenung 17, auch ein alter Brigade hier, hat auch ein alter Brigade hier, hat auch ein alter Brigade hier, hat auch ein alter Brigade hier. Wenn er jetzt hilft, für SC International, den Dr. Walege, hat es die Entscheidung gefallen, mit dem Nummer 14, Kraizov. Schaltungsvertrag, Flavio Roma, im Tor, Frau Marzimanein. Jetzt für Milan, die Nummer 7. Große Spiel gemacht heute. Patto. Seit dann geht's Ihr pierwsze Mong modular und die Nummer 7. Patto! So, Freunde, der größte Ball, Spielplatz 3, gewinnt der Szeker-National-Potter-Banker, und der größte Ball, Spielplatz 3, gewinnt der Szeker-National-Potter-Banker und der Szeker-National-Potter-Banker. So, Freunde, der größte Ball, Spielplatz 3, gewinnt der Szeker-National-Potter-Banker und der Szeker-National-Potter-Banker und der Szeker-National-Potter-Banker und der Szeker-National-Potter-Banker. So, Freunde, also der most valuable player, also der, der voll zu spiel in das Spiel.